Herzlich Willkommen zu unserer Klimmzug Challenge Tag 19. Heute machen wir 2 Sets an 10 Wiederholungen. Ihr seht, es geht gerade die Verrassung. In den Pausen sind es dann 30 Sekunden. Ich wünsche euch viel Spass beim Schauen und beim Nachmachen. Wie man sieht, ist der erste Satz erfolgreich abgeschlossen. Jetzt geht es in die Pause von 30 Sekunden. Dafür habe ich das Ganze im Schnelldurchlauf, dass ihr nicht so lange warten müsst. Und so kann man das Training auch intensiver gestalten, indem man dieselben Wiederholungen hat. Aber anstatt 5 oder 3 Sets noch 2 Sets macht. Heute ist das Ganze etwas einfacher gegangen. Ich hatte zwar relativ viel Muskelkater, aber man sieht, es geht gut. Hier die letzten Wiederholungen. Wie gesagt, viel Spass beim Nachmachen und bis morgen. Wie geht es denn mehr? Wie geht es denn mehr? Wie geht es denn mehr?